Ich kriege Eljanov, Pavel Eljanov, ein bekannter ukrainischer Großmeister. Aber 2,8,16, gar nicht so viel für ihn, muss ich sagen, das ist ein bisschen wenig. D4, Läufer F4. Weißt du was, machen wir den jetzt nicht. Er spielt Londoner System. Ich spiele das so, mit E5 hier. Springer C3 ist komisch, keine Ahnung. Springer C3 finde ich sehr komisch, normal spielen alle C3 oder sowas. Ja, was hält mich davon ab, meinen üblichen Plan zu spielen? Nix. Der Springer geht rüber nach F6. Mein König steht hier noch, er kann Schach geben. Mir ist auch nicht so ganz klar, was hier der Plan ist für ihn. Vielleicht F3 hier, ne? Naja, das Schach ist gut, weil ich D5 nicht spielen kann, dann macht er F3. Und dann muss ich nehmen. Naja, ich habe das gesehen. Ich bin gar nicht so schlecht. Vielleicht geht Springer F6. Nehmen, nehmen. Springer E4, Springer E4, Springer E4 und dann D5 am Ende. Es gibt aber Springer G5, ne? Ja, ich habe leider nicht die Zeit, um das alles auszurechnen. Ich muss gestehen, ich hätte gerne Springer F6 gespielt, aber ich habe ja nicht die Zeit. Okay, wie lange läuft denn die Scheißspülung, ne? Was ist hier der Plan? Spielt man hier D5 eher nicht, ne? Man gibt dann dieses Feld weg. Dieser Springer steht hier nicht gut in der Stellung. Ne, er denkt über E4 nach. Aber ich glaube, E4 geht sowieso nicht in der Stellung. Na, erstmal den Läufer entwickeln. E4 kann ich doch nehmen und dann D5 spielen am Ende oder nicht? Ja, jetzt muss ich D5 spielen leider. Aber ich kriege halt den Springer nach E4. Was ja so schlecht nicht sein kann. So, bin mir echt nicht sicher. Okay, warte, ist denn mit der Spülung, ey? Die läuft immer noch. Ich würde gerne den Springer hier loswerden. Das nervt. Ich denke, er muss hier nehmen. Okay, Springer C6. Okay, wir versuchen den Springer loszuwerden. Okay, das verstehe ich. Springer C5 ist nervig. Mir fällt nichts ein. Ah, den Bauern eingestellt. Fuck. Ja, der hat mich peu à peu überspielt. Ich gehe mal auf den E5. Was wahrscheinlich auch gar nicht geht. Ja, die Partie war nicht gut. Und da hat er mich nach und nach überspielt. Diese Springer C3 ist komisch. Ich meine, die Stellung ist okay hier. Ah, 4 ist komisch eigentlich. Ja, Springer D7 war ungenau. König Springer F6 sofort. Da habe ich zu schnell gespielt. Sofort Springer F6 erstmal. Dann kann er kein F3 spielen. Vermutlich. Dann steht der Springer hier richtig. Ich mache mal dieses Umgupier. Ich spiele das zu automatisch. Zum Schema F. Warte mal. Schach, den F3. Ich hätte Springer F6 spielen können, glaube ich. Danke für den Zapp an den Tipp. So, so. Und jetzt stellt sich die Frage. Er kann hier nicht nehmen. Wegen D5. Das hatte ich berechnet. So. Hier gibt es sogar Springer F5. Oh, 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 oh. Okay, das gewinnt ja für mich. Er hätte gar nicht nehmen können. Aber die Engine sagt Dame E1 hier. Okay, D5. So. Und dann G5 mit der Idee Springer G6. Aber was ist hiermit? G4. So hätte ich niemals gespielt. C6 hätte ich gespielt. Aber dann kommt das hier. Ja, aber ich habe immerhin das Feld F5 für den Springer. So klar ist das nicht. Dann muss er G4 machen. Finde ich nicht so klar. Also das hätte ich so spielen müssen. Stattdessen mache ich hier nehmen, nehmen. Und das ist auch nicht so schlimm für mich. Ich muss aber die Ruhe bewahren mit Dame E8 hier. Das ist okay. Stattdessen mache ich den. Ich gebe zu viele Felder weg. H6 ist natürlich sehr kooperativ. Ja, aber die Stellung ist immer noch nicht so schlecht. Springer C6 macht das Ganze ein bisschen problem. Nehmen, nehmen. Und jetzt den. Ja, da hatte ich keine Zeit mehr. Die Engine sagt den hier einfach. Ruhig bleiben. Ist natürlich eine schlechte Struktur hier leider. So was. Okay, hier gibt es Läufer H3. Kann man sehen. So einfach ist alles. Ist das nicht? Damit C5, ja. Aber so schlecht? Den kann ich ja stehen lassen einfach. Wollte ich auch nicht nehmen. Kann ja auch G5 spielen. Ganz ehrlich, so klar war das gar nicht. Ich dachte, das wäre viel klarer hier. Aber ich hatte keine Zeit mehr. Wie üblich. Ich YouCle Brasil istiksirio теперь im liviest. Ich habe schon Comedy Reflex. Beifall für Anします International Oberfluss kuvvetelung. rogue mal ich über MX. Bis zum nächsten Mal. Hambedom ist das Peru. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017